Online ist viel und unendlich und man kann sich verlieren im endlosen Web und springt von einer Information zur anderen. Eine bucherzählte Geschichte hat Anfang und Ende. Das eine baut auch das andere auf. Wenn ich das Buch gelesen habe, wenn es ein gutes Buch ist, dann habe ich im Idealfall das Gefühl, dass ich alles über ein Thema weiß, z.B. bei dem Kalver Buch so zu sein. Gute Bilder, guten Text und eine gute Storyline. Und etwas mit den Händen halten und zum ganzen Herzen und was ganz reales. Does it resonate? Does it speak to me? I think you can have a voice and tell a story, whether it's a novel or an interiors book or a cookbook. I think when an author makes it their goal to really do storytelling through their book, you know, their ultimate goal is to guide, not teach, like in a teacher's voice. It's actually the small things that matter to me. I like if there is something unusual in the cover, if I pick it up, if the cover is great, if the title is great. Ein großartiges Buch, hat wunderschöne Bilder, einen tollen Text und hat alles perfekt zusammengefunden mit einer tollen Ausstattung. Das ist das Entscheidende. Alle Teile passen zusammen und ein schönes Buch hat einen schönen Umschlag. Das heißt, es wird wirklich etwas, was man liebt und was man innen lebt und gerade behalten möchte. Instagram is like the people's journalism and it's showing you what's happening at that moment. And it's so exciting. So I use that to kind of see what's happening in the world. And then I use magazines and books to kind of see what actually became a trend, what actually became important. Kindtum Online hat beides in die Berechtigung. Ich lese beides. Für schnelle Informationen, für alles Aktuelle ist online einfach ein perfektes Buch. Wenn ich mich zurückziehen möchte auf meinem Sofa, wenn ich etwas Schönes in Garantan haben möchte, eine schöne Geschichte lesen möchte, die ich besser auf Papier lesen möchte, dann nehme ich ein gedrucktes Buch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020